Musik Am 26.09. werden die Zombiehunter aus der Eifel mit der Band Dubiosis für euch am Florenzmarkt in Koblenz spielen. Musik Zudem spielen die Jungs für euch am 27.09. auf dem Cologne Metal Festival in der Altstadt. Musik Die jeweiligen Links zu den Events findet ihr hier unten in der Beschreibung. Ich hoffe wir sehen uns, denn ich bin auch da. Bis zum nächsten Mal bei TOS TV. Musik Musik